Der Radler-Sonntag im Mai ist seit Jahren zu einem Selbstläufer geworden. Die Veranstalter brauchen kaum noch großartig Werbung zu machen. Am zweiten Sonntag des Monats treffen sich die Radbegeisterten am Startpunkt und nehmen die Strecke durch den gesamten Mösengrund unter die Pedale. Abwechslung bieten verschiedene Aktionen, die rund um die Stempelstellen in den Ortsteilen stattfinden, aber auch der jährliche Wechsel von Start und Zielpunkt. Der Bach im südlichen Mösenortsteil St. Niklas fließt ruhig dahin. Er hat schon manchen Radfahrer an sich vorüberziehen sehen. Der Radler-Sonntag in diesem Jahr startete in Niklas am alten Ottmannsdorfer Bahnhof und so wurde schon lange vor dem Start fleißig gewerkelt, die Stempelstelle aufgebaut und natürlich alles für das Wohl der zahlreichen Gäste vorbereitet. Auch die ersten Teilnehmer waren da schon vor Ort, so wie Jörn Fache, man höre, mit dem Rad gekommen aus Limbach-Oberfrohna. Ich bin hier über Sante-Gitien, Rüstorf, Lichtenstein, Albertshöhe, Heimrichsort, Marienau, dann oben über den Feldern, Niklaser Kirche rein und wieder hierher. Und haben wir die kilometrischen Reisen, die jetzt schon gefahren sind? 30,01. Und von wo? Von Oberfrohnau. Eine gott schöne Strecke. Von Jörnhaus. Da ist der Radler-Sonntag dann eher so die Nebenstrecke. Ja. Alles, was länger ist wie das Auto, wird eigentlich gefahren. Auch bei manchen Kommunalpolitiker steht dieser Termin inzwischen fest im Kalender. Haben wir gleich den nächsten Radfahrer. Guten Morgen. Guten Morgen. Von Werdau hier schon gefahren mit dem Rad? Stimmt. Also von Werdau nach Zwickau mit der S-Bahn, aber von Zwickau Bahnhof bis hierher, schon die ersten 12 Kilometer sind sie schon weg. Wunderbar. Und jetzt den Radler-Sonntag und dann geht es wieder nach Hause auch mit dem Radler-Sontag. Ja, na klar. Na klar. Ja, aber dann über Denneritz und Krimitschall zurück nach Werdau. Guten Morgen. Die nächste Radfahrerin aus der Politik, aber eigentlich Stammgast beim Radler-Sonntag, ne? Mittlerweile schon, ja. Es ist natürlich heute traumhaft, das Wetter von daher ist es einfach ein Muss hier zu sein. Man könnte fast ein bisschen Ketzerisch sagen von da an, links, bergab. Warum bergab? Natürlich. Heute geht es in die andere Richtung, das geht bergab. Das ist nicht ganz so anstrengend, aber ich hoffe, dass viele Gäste in den Mösengrund kommen und einfach hier die Gemeinsamkeit feiern. Natürlich gibt es in jedem Jahr auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Das geht schon früh los mit dem immer recht gut besuchten Radler-Gottesdienst. Gleich daneben wurden schon die Vorbereitungen für die ganztägige Party getroffen. Auch etwas, was die meisten Gäste gar nicht auf dem Schirm haben. Ich war selbst als DJ unterwegs und hörte oft genug den Satz, na die paar Stunden Musik machen. Das davor und danach scheint sich wahrscheinlich von allein zu machen. Auf der Straße wurde es inzwischen selbst für Dienstleister eng, es ging auf den Start zu. Zugegen war auch Kerstin Nikolaus, der anzusehen war, dass ihr ein riesiger Stein vom Herzen gefallen war an diesem Wochenende. Für die, die mit dieser Zahl nichts anzufangen wissen, es sind die Fördermittel des Landes für die neue Sporthalle in Zwickau-Neuplanets, die nach mehr als zehn Jahren Kampf jetzt endlich gebaut werden kann. Denn nicht alles lässt sich ohne große Infrastrukturmaßnahmen bewerkstelligen, wie der Radlersonntag. Eine attraktive Veranstaltung des Landkreises. Der Landrat ist ja der Schirmherr der Veranstaltung, kann heute leider nicht da sein, deswegen vertrete ich ihn. Und wir sind natürlich glücklich über das schöne Wetter, aber vor allem über die tolle Vorbereitung von Herrn Franke und seinem Team und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an der Strecke. Und deswegen genießen wir heute den Tag. Punkt 10 gingen die Radler auf die Strecke. Der Start hatte reibungslos funktioniert. Erleichterung beim Bürgermeister. Der Start ist durch. Wieder ein schönes Wetter heute. Ich freue mich, das Wetter passt. Mösen hat liegt mit dem Wetter. Das letzte Wochenende ist ein schönes Wetter. Diesmal der Handlersonntag wieder wunderbares Wetter. Und ich denke, das wird wieder ein gelungener Tag werden, ein schöner Familientag. Die Straße wird wieder gesperrt, von Fahrzeugen befreit. Nur Radfahrer dürfen fahren und ich denke, das wird reine. Ich hoffe, eine gute Veranstaltung. Können wir fast ein bisschen Kälzerisch sagen dieses Jahr. Von jetzt ab geht es bergab. Mit dem Wetter geht es nicht bergab. Nein, das geht doch nach oben. Das ist der Potenzial da. Nein, und in Mösen geht es gar nicht bergab. Da geht es nur bergab. Der Mösengrund war, wie der Bürgermeister schon sagte, wieder für den kompletten Autoverkehr gesperrt. Und das hat auch einen riesigen Vorteil, denn der Radlersonntag hat sich zu einer Familienveranstaltung entwickelt. Ob nun mit dem Anhänger oder auf dem Kinderfahrrad. Es werden immer mehr Kinder an diesem Tag auf dieser Strecke. Ja, ich verstehe das. Und wer es etwas gemütlicher angehen lassen will, genießt erst einmal die Partyatmosphäre. Musik Nun gut, bis nach Jütland fahren die Radler nicht, aber immerhin bis nach Niederschindmaas, sozusagen ans nördliche Ende des Mösengrundes. Und im nächsten Jahr geht es dann sicher wieder andersrum. Aber egal, die meisten werden sowieso wieder mit von der Partie sein. Musik 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 Musik